Verzicht ist ein Weg zum Glück. Viele Menschen denken, sie wären umso glücklicher, je mehr Dinge sie bekommen. Dabei stimmt das gar nicht. Wenn man jetzt eine etwas populärwissenschaftliche Glücksdefinition gebrauchen würde, Glück ist die Anzahl von Bedürfnissen, die man befriedigt, durch die Anzahl von Bedürfnissen, die man hat. Und dann könntest du sagen, je mehr Bedürfnisse ich habe, umso glücklicher bin ich. Aber jedes Bedürfnis, das du befriedigst, schafft ein paar neue Bedürfnisse. Man könnte sagen, jedes befriedigte Bedürfnis schafft zwei oder drei zusätzliche Bedürfnisse. Wenn du also weniger Bedürfnisse befriedigst, dann bist du glücklicher. Und wenn du bewusst verzichtest, wo du sagst, nein, das brauche ich nicht, dann bekommst du ein gewisses Selbstvertrauen. Und du merkst, du bist genauso glücklich, wenn ich glücklich, als wenn du das befriedigt hättest. Verzicht ist die Weise, wie du glücklich bist, nicht Genuss und auch nicht kaufen und immer mehr Dinge zu haben. Schon die Umwelt braucht Verzicht. Und heutzutage kannst du auch gar nicht mit gutem Gewissen wirklich Dinge kaufen und zu viele Flugreisen machen und ein großes Haus haben und so weiter. Es ist bekannt, dass die Umwelt leidet und dass die Erde drohende Klimakatastrophe entgegenrennt. Es gilt zu verzichten. Aber Verzicht ist eben nicht nur im Sinne von Askese und Leiden und so weiter, sondern Verzicht führt zu Glück.